Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Insider des Tages. Ja, wir starten mit dem Thema des Tages, das derzeit die ganze Nation bewegt. Man könnte auch sagen spaltet. Es geht um die Chick, um die Zigarette. Und es geht um das große Anti-Raucher-Volksbegehren. Zu meiner Rechten Martina Löwe, die Geschäftsführerin der Krebshilfe. Sie waren vor geraumer Zeit bei mir zum ersten Interview. Da war das Volksbegehren noch so eine Art Traum, wenn ich das so sagen darf, von Ihnen. Und noch völlig unkonkret. Sie haben gesagt, es wäre vielleicht eine Idee, dass wir Volksbegehren machen. Heute sind Sie da und haben wie viele Unterschriften bereits? Knapp 250.000. 250.000 nach fünf Tagen. Und da waren zwei Tage Wochenende drin. Also an drei Werktagen haben Sie 250.000 Unterschriften gesammelt und haben offenbar nicht vor, in irgendeiner Form nachzugeben. Nein, also ich möchte Sie nur kurz korrigieren. Es ist kein Anti-Raucher-Volksbegehren. Es ist ein Volksbegehren für den Nichtraucherschutz und das Rauchverbot in der Gastronomie. Es geht uns nicht darum, jemandem das Rauchen zu verbieten. Wir möchten, dass das beschlossene Gesetz, 2015 beschlossene Gesetz... Das Rauchverbot in der Gastronomie. Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, dass das umgesetzt wird, wie geplant, am 1. Mai 2018 und nicht jetzt von der neuen Regierung gekippt wird. Ich habe mich völlig richtig korrigiert, weil es ist natürlich kein Anti-Raucher-Volksbegehren, es ist ein Anti-Rauch-Volksbegehren. Sie wollen den Rauch stoppen. Wir wollen den Rauch in der Gastronomie stoppen. Genau, in den Restaurant stoppen und das wiederum will der Mario Brücker verhindern. Er ist der Chef des Fachverbands Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, der Vertreter der österreichischen Wirte, wenn ich so sagen darf, der Wirtsleut, aber auch der Restaurantbesitzer, auch der Kaffeehausbetreiber etc., die natürlich darum kämpfen, dass die Frau Löwe sich als Löwin nicht durchsetzen kann und es zu dieser Abschaffung des Rauchverbotsgesetzes kommt. Warum eigentlich? Warum kämpfen Sie wie ein Löwe, auch wenn das nicht Ihr Name ist, darum, dass diese Raucherlaubnis in unseren Restaurants bleibt, dass dort weiter stinkt, Rauch qualmt? Grundsätzlich sind wir natürlich dafür, dass es die Wahlfreiheit gibt für den Unternehmer, für den Gastronomen und das ist natürlich unser Ziel. Wir sind aufgefordert worden von unseren Mitgliedsbetrieben in einer österreichweiten Befragung, die wir gemacht haben. Da haben ganz klar 62 Prozent der Gastwirte, 73 Prozent der Abendclub- und Lokalbetreiber gesagt, sie wollen weiterhin auch Gäste bei sich begrüßen dürfen, die rauchen. Und das ist für uns der klare Auftrag gewesen, uns hier auf diese Seite zu schlagen und in diese Richtung zu gehen. Und wir nehmen auch dieses Volksbegehren sehr sportlich, weil ich darf erinnern, 2015 haben wir für das Rauchen in der Gastronomie ebenfalls 300.000 Unterschriften gesammelt. Für das Rauchen. Für das Rauchen 300.000 Unterschriften gesammelt. Was rausgekommen ist, wissen Sie, das Gesetz ist gekommen, dass mit 1. Mai ein generelles Rauchverbot in Kraft treten sollte. Sie meinen, es sind 300.000 Unterschriften von Ihnen, was in der Gastronomie so schön heißt, für die Würstel? Die waren für die Würstel damals und wir nehmen an, dass diesmal auch so sein wird bei diesen Unterschriften, denn wo liegt der Unterschied? Das sieht die Frau Löwe nämlich an ganz anders, denn Sie haben ja die 250.000 nicht nur nach drei Tagen, sondern das ist ja erst die anfangste Aufwärmrunde. Da braucht man normalerweise 8.700 Unterschriften, damit man dieses Volksbegehren einbringen kann. Damit haben sich viele Volksbegehren in der Vergangenheit schon schwer getan. Auch das Frauenvolksbegehren hat, glaube ich, 15.000 gehabt am ersten Tag oder so. Das war zwar schon deutlich übersprungen. Normalerweise hat man ein bis zwei Wochen Zeit oder so lange man will, um diese 8.700 Unterschriften zu sammeln. Normalerweise braucht man dafür eine gute Woche, dann hat man die 8.700 Unterschriften beisammen. Sie haben jetzt 250.000 Unterschriften. Das ist, wenn ich richtig rechnen darf, schon mehr als das 20-fache. Und ein Ende ist nicht absehbar. Also allein seit gestern haben Sie 70.000 oder 75.000 Unterschriften sogar dazugewonnen. Und ein Ende ist nicht absehbar. Was soll denn sein? Wie viele Unterschriften wollen Sie in der ersten Welle sammeln? Und dann, wenn Sie uns das erklären, geht es ja, glaube ich, erst ins richtige Volksbegehren hinein. Und die Frage ist, wie viele wollen Sie dann sammeln? Und was soll mit den Unterschriften passieren? Also formal ist es so, dass man, sobald ein Volksbegehren 100.000 Unterschriften hat, dass es im Nationalrat behandelt werden muss. Das haben wir jetzt auch schon in der Unterstützungsphase geschafft. Ich glaube, es ist keine Frage der Zahlen. Wenn wir mit 100.000 Unterschriften es erreichen würden, dass dieses Gesetz in Kraft tritt am 1. Mai, haben wir da einen Erfolg. Wenn wir eine Million Unterschriften haben und das Gesetz tritt noch immer nicht in Kraft, dann haben wir einen Misserfolg. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage einer Mobilisierung und auch eines Klarmachens des Willens und des Wunsches der Bevölkerung an die Regierungsparteien, dass wir einfach dieses Nichtraucherschutzgesetz in Kraft treten lassen wollen. Der Herr Pulte hat gemeint, er nimmt das sportlich. Er ist der Meinung, Ihre Unterschriften sind für die Würst. Das werden wir dann schon sehen. Ich denke, es ist einfach so, drei Viertel der Bevölkerung sind Nichtraucher. Das ist eine überwiegende Mehrheit und drei Viertel der Bevölkerung möchten auch gerne in einem Nichtraucherlokal ihr Essen genießen. Und das ist einfach ein Zeichen mehr, dass wir damit setzen. Herr Pulte? Keine Frage. Man muss natürlich sagen, dass es genügend Nichtraucherlokale bereits gibt. Die Gäste können sich heute aussuchen, wo sie hingehen wollen. Das soll der Gast doch selbst entscheiden. Und der Gasthaus ist meines Erachtens kein öffentlicher Bereich, wo jemand hineingehen muss. Das bleibt jedem frei. Die Gasthäuser sind Eigentümer, Eigentümer geführte Betriebe. Die gehören jemandem. Hat jemand sein Lebenswerk investiert in dieses Haus? Und der soll doch bitte selbst entscheiden können, welche Gäste er haben will und welche Gäste er nicht haben will. Und es ist ja nicht mehr so, dass man sagt, in jedem Betrieb, wo Speisen verobreicht werden, wird geraucht. Das ist ja nicht mehr der Fall. Es gibt doch eine Unzahl an Betrieben, die auf generelles Rauchverbot setzen, mit denen ihr Geschäft machen. Und die, die auf Rauchensätzen machen, auch ihr Geschäft. Ich frage mich, wo dort das Problem liegt. Und ernst darf man bitte nicht vergessen, in der Gastronomie, das wäre die einzige Branche und die einzigen Betriebe, wo man überhaupt nicht rauchen dürfte. Sie dürfen weiterhin am Flughafen rauchen. Sie dürfen weiterhin als Frischoperierte in einem Krankenhaus rauchen. Da gibt es Raucherräume. Auch das hat man uns nicht zugestanden in den Verhandlungen in der letzten Regierung. Das hat geheißen, nicht einmal am Gang alles, was zur Betriebsanlage gehört, darf nicht geraucht werden. Und damit sind wir stark reglementiert worden, im Gegensatz zu allen anderen öffentlichen Bereichen. Sie sind der Meinung, ein Wirt, dem sein Gast das gehört, der soll selber entscheiden dürfen, ob er seine Gäste vergiftet oder nicht? Weil man muss ja nicht rein gehen, damit das jetzt so richtig auf den Punkt gebracht. Nein, nämlich nicht seine Gäste vergiftet. Der Wirt vergiftet seine Gäste nicht. Die Gäste sind mündige Bürger und die können selbst entscheiden, ob sie rauchen oder nicht. Das ist nicht Sache des Wirtens. Wir sind nicht dafür da, Gesundheitspolitik zu betreiben. Wir sind da, um den Leuten Freiheit und Entspannung und Selbstbestimmung zu geben, wenn er vor der Arbeit heim geht oder wenn er in Urlaub ist. Dort soll er machen können, was er will und für diese Vielfalt der Lokale stehen wir. Aber da gibt es natürlich zumindest das Argument, der Wirt vergiftet vielleicht nicht seine Gäste, weil die kommen freiwillig rein, aber er vergiftet zumindest seine Angestellten, weil die müssen dort arbeiten. Nein, stimmt auch nicht. Weil, wenn Sie sich vielleicht erinnern können, wie das letzte Nichtrauchergesetz sozusagen in Kraft getreten ist, haben wir natürlich mit der Gewerkschaft ausverhandelt, dass Mitarbeiter nicht im Raucherbereich arbeiten müssen, wenn sie das nicht wollen. Dasselbe gilt übrigens auch für Jugendliche. Und da gibt es ganz klare Regelungen. Es war bis jetzt so und es wird auch in Zukunft so sein. Wenn ich dort nicht arbeiten will, muss ich dort nicht arbeiten. Frau Löwe? Also, ich will mich jetzt auf diesen Diskussionen gar nicht mehr mehr einlassen, aber wir wissen, das funktioniert ja alles nicht. Ich kenne genügend Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Es wird sich keiner gegen den Chef weigern und sagen, ich gehe aber da jetzt nicht hin servieren, weil ich möchte gesund bleiben. Da ist jeder froh, seinen Job zu behalten. Und es wird auch nicht funktionieren, um zu kontrollieren, ob da jetzt ein 18-Jähriger da drinnen sitzt oder nicht. Wer kontrolliert das? Haben wir dann am Polizeistaat, wo die Polizei reingeht und schaut, ob das jetzt d'accord ist oder nicht. Also, das funktioniert nicht. Und ein generelles Rauchverbot ist einfach Chancengleichheit für die Gastronomie. Punkt. Weil dann kann man in keinem Restaurant rauchen und wir sind wieder bei der Leistung, die dem Gastronomen ausmacht. Nämlich ein gutes Essen, ein gutes Trinken, ein gemütliches Ambiente. Und auf das wird es dann gemessen. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Sie sind mittendrin in der Diskussion, nämlich der spannenden Diskussion, die derzeit alle führen in Österreich. Auf was soll es hinauslaufen und warum soll man das Raucherfolgsbegehren unterschreiben? Oder warum soll man dafür kämpfen, dass man im Gasthaus weiter seine Chick ausdämpfen darf? Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbepause. Ohne Zigaretten muss man dazu sagen. Ja, wir starten das heutige Fellner Live mit der Diskussion, die derzeit ganz Österreich führt. Ganz Österreich sehr emotional führt. Ganz Österreich mit großem Einsatz führt. Es geht ums Rauchen. Soll man ab Mai in der Gastronomie nicht mehr rauchen dürfen? Also soll das Rauchverbot herrschen? Oder soll man ab Mai in der Gastronomie, sprich in seinem Wirtshaus, weiter seine Chick anzünden dürfen im eigenen Raucherbereich? Darum geht es. Und zu meiner Rechten, Martina Löwe, Geschäftsführerin der Krebshilfe. Zur Linken, Mario Brücker, Chef der Fachgruppe Gastronomie in der österreichischen Wirtschaftskammer. Die zwei klassischen Konkurrenten. Frau Löwe, wie eine Löwin. Sie waren ja schon bei mir vor zwei oder drei Monaten, als das Ganze noch sozusagen ihr Traum war, kämpfen und arbeiten Sie für dieses Volksbegehren gemeinsam mit der Ärztekammer. Das ist ja der besondere Kuh an der Geschichte, dass Ärzte und Krebshilfe hier gemeinsam ziehen. Und Sie haben uns gerade gesagt, heute Nachmittag waren es 250.000 Überschriften. Pro Tag kommen derzeit zwischen 75.000 und 100.000 dazu. Wer unterschreibt da? Wie schwierig ist es noch? Wie kann man unterschreiben? Was spielt sich denn da ab da draußen in den Gemeindeämtern? Also es war zum Start nicht so leicht, weil einfach, wir wissen jetzt mittlerweile, dass es nicht der Server war, sondern der Datenhighway des Innenministeriums einfach zu eng war. Weil aufgrund der Regelung, dass man jetzt überall unterschreiben kann, man muss also nicht am Gemeindeamt seines Wohnsitzes unterschreiben, sondern man kann auf jedem Gemeindeamt unterschreiben, man da in diese Wählerkarteieingreif ein Zug steigen muss. Und genauso machen das auch die Leute, die via Handysignatur da unterschreiben. Und das waren einfach zu viele Zugriffe, sodass einfach nichts mehr gegangen ist. Das war der Freitag, wo totales Chaos ausgebrochen ist. Genau, das war der Freitag. Die Leute stundenlang gestanden sind und nicht konnten und sehr, sehr zornig worden ist. Genau. Montagvormittag war es auch noch ein bisschen wackelig. Mittlerweile hat das Innenministerium über Nacht auch durchgearbeitet. Wir haben heute nichts Negatives mehr gehört. Die Gemeindeämter haben uns auch gemeldet, es geht jetzt wieder gut und flüssig. Das heißt, wenn man jetzt aufs Gemeindeamt geht, muss die Unterschrift recht flott und einfach verledigt sein. Das heißt, man arbeitet zum Beispiel im ersten Bezirk, auch wenn man im 19. wohnt, geht auf das magistratische Bezirksamt im ersten Bezirk. Oder zum Beispiel in Graz, wenn man in Pinkerfeld wohnt oder in Salzburg, wenn man in Eugendorf wohnt, geht man einfach auf irgendein magistratisches Bezirksamt, zeigt seinen Pass her. Ich glaube, den muss man mithaben. Und unterschreibt dann und das zählt. Genau, das zählt. Und schon hat man unterschrieben. Und das haben bis jetzt mehr oder weniger 250.000 gemacht. Der Online-Anteil ist eher gering, glaube ich, weil das so kompliziert ist. Also es gibt eine Viertelmillion Menschen in Österreich, die diese Handysignatur haben. Also es kann schon mehr werden. Von denen werden ungefähr 5 bis 10 Prozent unterschrieben haben bis jetzt. Genau, wir haben die Auswertungen so genau noch nicht. Wir haben nur in etwa so die Strömungen. Also ich habe gehört, ungefähr 25.000 sind bis jetzt online unterschrieben. Das würde heißen, 225 sind wirklich schon live vorbeigekommen. Wie lange kann man denn noch unterschreiben? Weil das ist ja erst die Aufwärmrunde jetzt. Genau, also wir haben gesagt, auf jeden Fall machen wir das noch mehrere Wochen. Weil es uns wichtig ist, dass wirklich jeder unterschreiben kann. Weil gerade auch aufgrund dieser Probleme formal könnten wir diese Frist bis Ende Dezember 2019 laufen lassen. Was wir natürlich nicht tun, aber das wäre formal möglich. Das werden wir nicht machen. Wir werden auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Wochen noch mitziehen. Damit auch wirklich jeder, der jetzt weggeschickt wurde, noch zum Gemeinden gehen kann. Und man muss dazu sagen, die Unterschrift gilt. Was liegt das PICT, wie es so schön heißt. Und Sie kommen dann im Juni noch einmal mit der eigentlichen Eintragungswoche. Dann gibt es einen riesen Medienhype etc. Üblicherweise. Aber da ist dasselbe eigentlich genauso wie jetzt. Man geht noch einmal hin, darf noch einmal unterschreiben. Nein, diese Unterschriften zählen schon für das Volksbegehren. Genau, man muss nicht noch einmal unterschreiben. Aber die anderen, die jetzt nicht gehen, die können dann im Juni gehen, nicht? Wann auch immer wir den Termin vom Ministerium zugewiesen bekommen. Das heißt, Sie wollen jetzt zumindest 500.000 Unterschriften einmal einsammeln? Wir möchten so viel als möglich jetzt einsammeln. Ja, das heißt ja praktisch 500.000. Nachdem es jetzt gut läuft, werden wir natürlich weitergehen. Oder wollen Sie gleich eine Million Unterschriften? Schauen wir mal. Na ja, Sie haben jetzt 75.000 am Tag, wenn Sie sagen, Sie lassen es noch mehrere Wochen laufen, wir zurückgehen. Natürlich wird es zurückgehen, das haben wir auch bei der Petition gesehen. Aber Ziel ist wirklich, möglichst jedem die Möglichkeit und die Chance zu geben, auch die, die jetzt in den Semesterferien noch sind, einfach und keine Handysignatur haben. Aber am liebsten würden Sie gleich jetzt eine Million einsammeln? Am liebsten würden wir, dass das Gesetz in Kraft tritt und wir nicht so viele Stimmen sammeln müssen, sondern dass die Vernunft und die Sachpolitik endlich gewinnt. Und wann soll denn jetzt das eigentliche Volksbegehren stattfinden? Das können wir nicht. Das wird uns, je nachdem, wann wir die Einrichtung schließen, dann geben wir das ab im Immunenministerium. Und die haben dann, ich glaube, bis zu acht Wochen Zeit, um uns einen Termin festzulegen. Also wenn Sie das im April abgeben, dann ist es irgendwann Juni oder so. Ja, es kann aber auch im Sommer reinfallen. Wir können das ganz schwer selbst beeinflussen. Verstehe, aber es kommt noch die große Eintragungssuche. Es kommt noch die Eintragungssuche. Und was wollen Sie eigentlich mit dem Volksbegehren? Na, wir möchten einfach ein starkes Zeichen geben. Wir haben mit der Petition ein starkes Zeichen gegeben. Damals waren es 468.222, die das online unterschrieben haben. Da wurde gesagt, naja, Petition online, das ist ja nicht seriös. Ein Volksbegehren ist ein demokratiepolitisches Mittel, um dem Volk einfach eine Stimme zu geben. Herr Pulker, ist das seriös, was die Frau Löwe da wie eine Löwin macht? Natürlich. Es ist jedes Menschen seine persönliche Sache, für was er sich einsetzt. So wie sich die Frau Löwe einsetzt für ein generelles Rauchverbot an der Gastronomie, so setzen wir uns als Interessensvertreter dafür ein, dass die Betriebe, die weiterhin Raucher als Gäste haben wollen, auch Gastronomistik. Das ist seriös, das Volk. Natürlich, das ist ein seriöses Volk. Weil die Frau Pialakowitsch ja gesagt hat, das ist nichts. Das liegt in den Augen des jeweiligen Betrachters. Meine Meinung ist das nicht. Ich sehe das auch nicht politisch motiviert, ich sehe das so wie die Frau Löwe als Sachthema. Und unsere Argumentation ist ja auch immer sachlich gewesen von Seiten des Fachverbandes, wo wir ganz genau gesagt haben, wir wollen Wahlfreiheit und die Menschen sind selbst entscheidend, wo sie hineingehen wollen, wo sie nicht hineingehen wollen. Und weil sie gesagt haben, es herrscht dann Chancengleichheit, das wäre natürlich unter den Gastronomen so, dass dann Chancengleichheit herrscht. Wo wir aber das Problem haben, ist gerade am Land draußen, wo wir diese unzähligen vielen Vereinshäuser haben und dort sagen die Gäste jetzt zu unseren Mitgliedsbetrieben, wenn ein generelles Rauchverbot kommt, dann setzen wir halt immer bei dir zum Kortenspülen, dann setzen wir uns ins Vereinshaus. Weil dort wird überhaupt nicht kontrolliert und da gibt es auch keine Handhabe zu kontrollieren. Und dann haben wir noch mehr Wirte sterben am Land draußen, als wir es jetzt schon haben. Das befürchten. Und das kann auch nicht sein. Und Sie befürchten ein Wirte sterben am Land? Also wir haben das Wirte sterben gehabt in allen Ländern, wo das generelle Rauchverbot gekommen ist. Das haben Sie gehabt? Das haben wir gehabt. In jedem Land zwischen 4 und 9 Prozent der Betriebe haben zugesperrt. Sie schauen zum Beispiel in München rein, da gibt es eine Homepage, da ist ganz genau drin auf der Landkarte, wo die Betriebe zugesperrt haben, nämlich nicht die Restaurants, sondern ganz genau diese kleinen Eckbeißerl, diese Tschecherl, diese Tschecherl, wie man in Wien dazu sagt, die gibt es dann nicht mehr mehr, weil dort eben Leute sitzen, die dort den ganzen Tag verbringen. Und das ist die verlängerte Wohnzimmerbank und die gibt es dann nicht mehr. Also das Rauchverbot, das in München herrscht, halten Sie für eine Katastrophe? Für die Mitgliedsbetriebe, die zugesperrt haben, und wenn Sie einmal mit einem Gastwirten reden, der dort in 40 Jahren drinnen gestanden ist, und nachher innerhalb von zwei Monaten zusperren muss, weil seine Gäste weg sind, ist das für den sicher eine Katastrophe. Und Sie wollen das Berliner Modell, so wie die FPÖ? Wir wollen kein Berliner Modell, wir haben schon Gespräche darüber geführt, und wir wollen einfach den Status Quo, den wir jetzt haben, beibehalten, und wir stehen natürlich auch zu einem verschärften Jugenschutz. Das heißt, diese schlamperten Raucherkammern, die es da gibt, meistens mit einer Wand, wo man nicht glaubt, weiß, ob die heute oder morgen umfällt, die sollen sozusagen beibehalten? Ich muss ja da nicht reingehen, es bleibt mir ja frei, es ist ja frei in seiner Entscheidung. Das ist was anderes, wenn ich auf eine Bezirkshauptmannschaft gehen muss, dort muss ich hingehen, wenn ich auf ein Magistrat muss, dort muss ich hingehen, und vielleicht machen wir mal runter und schauen mal raus, ich zeige Ihnen ein paar Amtsstuben, wo nach wie vor drinnen geraucht wird, von den jeweiligen Beamten, der da drinnen sitzt. Und dort sind wir nämlich, wo nämlich wirklich generelles Rauchverbot herrscht, und schon seit 15 Jahren unterholt sich kein Mensch. Aber das Argument mit dem Würde sterben am Land, das hat natürlich schon was. Das gibt es immer wieder, aber es zeigt auch ganz klar in den Ländern, wo das generelle Rauchverbot eingeführt wurde, am Anfang ging das zurück, aber das hat sich total normalisiert. Also die Leute gewöhnen sich dran und gehen dann sehr wohl auch wieder aus, weil sie einfach wissen, sie stehen halt dann draußen vor der Tür und rauchen, aber im Lokal. Auch das ist ja ein Argument, das Sie bringen. Habe ich gestern und vorgestern gehört, dass es mittlerweile viele Wirte gibt, die sagen, wir erleben es gerade jetzt bei der Kälte, die jetzt herrscht. Für die Leute ist es viel gefährlicher, wenn sie rausgehen, weil dann haben sie eine Grippe, eine Lungenentzündung, zumindest einen schweren Husten. Da ist der Gast krank, ja. Nur ein Problem haben wir dann, wenn die Leute nämlich rausgehen und sich draußen unterhalten. Sind Sie auch der Meinung? Ja, natürlich ist das so. Sind Sie der Meinung, dass es derzeit gesundheitsgefährdender ist, vor die Tür zu gehen, als drinnen zu sitzen? Sind Sie der Meinung? Für den Raucher auf jeden Fall, der raucht sowieso. Ob er jetzt bei mir im Gasthaus raucht oder ob er jetzt draußen raucht oder daheim in seiner Wohnung raucht oder im Auto raucht, wo hinten die Kinder sitzen, auf das sollte man mal schauen. Wie gesagt, mit dem Jugendschutz sollte man schauen. Aber man sollte nicht immer den mündigen Bürger bevormunden. Und wie gesagt, noch einmal, die Gastronomie ist nichts, wo ich hingehen muss. Und es gibt so viele Lokale, wo ich hingehen kann, weil es nicht Raucher. Und da muss ich nicht in ein Raucherlokal gehen, wenn ich nicht bin. Das ist aber natürlich schon ein Argument, dass man sagt, wenn man da rausgeht bei minus 17 Grad, das ist gefährlicher, als wenn man die Zigarette inhaliert. Ja, aber Fakt ist, dass aufgrund eines Rauchverbotes in der Gastronomie insgesamt die generellen Raucherzahlen runtergehen. Und ich kriege so viele Zuschriften von Rauchern, die sagen, es würde mir so helfen, wenn ich nicht überall rauchen dürfte, dass ich mal wegkomme davon. Ja, also es ist klar, aber es geht einfach darum, insgesamt auch die Raucherzahlen zu verringern. Und das ist auch ein Hebel dafür. Es geht um die Jugend. Sobald die Jugendlichen irgendwo sitzen können und eine Zigarette rauchen können, werden sie es tun. Und wir haben jetzt schon europaweit die höchsten Raucherzahlen der Jugendlichen. Ja, die werden sich aber nicht ändern, die höchsten Raucherzahlen. Weil die 14-, 15-, 16-Jährigen, 14-Jährigen, wo wir die höchsten Raucherzahlen haben von ganz Europa, die gehen in kein Gasthaus. Dort ist bis jetzt überhaupt nichts geschehen. Die gehen in eine Diskothek, die haben das dort auch. In einer Diskothek mit 14, da darfst du nicht rein, weil doch das 17-Jährige jetzt ohne. Aber mit 14 Jahren in einer Diskothek, die haben dort wirklich nichts verloren. Das vertreten wir schon lange. 14-Jährige haben in einer Diskothek nichts verloren. Und 14-Jährige haben auch nichts zu rauchen. Aber ich sehe in den ganzen Programmen nirgendwo, dass man sagt, das ist vielleicht schon polemisch, wenn man nämlich sagt, in der Gastronomie darf keiner rauchen, wo die Erwachsenen hingehen, aber man macht für den Jugendschutz und für die Kinder macht man überhaupt nichts. Ich habe noch nichts gehört, ich kenne kein Programm und ich kenne auch von Herrn Ärztekammerpräsident, der selber Raucher ist, nicht irgendetwas, wo er sagt, das könnten wir machen, damit die Jugendlichen nicht mehr mehr rauchen mit 14 Jahren, 15 Jahren. Frau Löwe, das soll ja nur der Beginn sein. Sie behaupten ja, wenn ich mich an unser erstes Interview erinnern darf, dass es 13.000 Tote im Jahr in Österreich gibt. Und das überspitzt formuliert man, dass es ungefähr um die Hälfte reduzieren könnte, wenn man unter anderem mit der Gastronomie, nicht allein mit der Gastronomie, rigorose Rauchverbote verringern würde. Richtig? Das heißt, die sagen, es würde 7.000 Rauchtote weniger geben in Österreich im Jahr, wenn nicht geraucht wird. Ich meine, das ist schon ein starkes Argument. Das ist natürlich ein starkes Argument, aber wir sind ja trotzdem dort, dass wir sagen, das ist Bevormundung des Menschen und vor allem Bevormundung des Unternehmers. Das ist ein Punkt, über den man nicht hinwegschauen kann. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eben so, dass der, der raucht, überall in jedem öffentlichen Gebäude und überall in jeder Firma, sonst wo, rauchen darf, nur in der Gastronomie nicht mehr. Also man hat uns dezidiert nicht erlaubt, einen Raucherraum einzurichten. Und das ist schon ein Wahnsinn, weil das ist eine klare Schlechterstellung unserer Branche und das ist nicht einzusehen und darum sind wir natürlich heutzutage froh, dass man uns damals überhaupt nicht entgegengekommen ist und uns jetzt so entgegenkommt. Frau Löwe, liebe Löwin, Sie wollen ja letztendlich eine Volksabstimmung zumindest haben, nicht? Sie wollen jetzt einmal Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln. Meinem Tipp nach werden es zumindest 1,5 Millionen werden, vielleicht sogar 2 Millionen. Sondern es kann auch sein, dass das wirklich das erfolgreichste Volksbekehr in Österreichs wird, für das Sie stellvertretend hier sitzen. Also durchaus Gratulation. Das wollen Sie sammeln und dann sagen Sie, dann muss es zumindest eine Volksabstimmung geben. Und dann stehen Sie zwei, wenn ich das so sagen darf, im Krieg, weil Sie sagen dann, Schluss mit der Raucherlaubnis. Und Sie sagen, rettet die Raucherkammern, wenn ich das richtig sehe. Sie werden ja dann auch mobilisieren, wenn es um eine Volksabstimmung geht. Wenn es notwendig ist, werden wir das natürlich wieder tun. Und glauben Sie tatsächlich, dass Sie eine Volksabstimmung gewinnen können in Österreich? Oder sagen Sie, da stehen wir auf verlorenen Posten, da geben wir unsere Raucherkammern einpacken? Wir haben damals in Wien mit Herrn Polischanski 300.000 Unterschriften gesammelt. Das war nur Wien. Und man hat ja auch gesehen, in ganz Österreich, aber natürlich muss man auch sagen, seitdem es geheißen hat, dass die Rauchregelung bei den ersten beiden nicht in Kraft tritt, ist auch die Motivation derer, die dafür kämpfen, dass man in der Gastronomie weiter rauchen kann, weg. Und ich glaube, man muss auch realpolitisch ein bisschen das sehen und auch politisch das sehen. Also ich kann nicht sagen, jetzt kommt das Gesetz, nicht das tritt, nicht in Kraft. Jetzt machen die einen aber so einen Wirbel und so einen Wind und dann sagen wir, na gut, jetzt machen wir es da. Also da wird ja die Politik völlig unglaubwürdig. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja jetzt da wieder Investitionen getätigt, die das einwerben. Aber eine Volksabstimmung ist ja ein demokratisches Recht. Glauben Sie, dass Sie die Volksabstimmung gewinnen würden, die Volksabstimmung? Das weiß ich. Also ich glaube nicht, weil 75 Prozent der Bevölkerung sind nicht Raucher. Also das geht jetzt allein aus dem Grund heraus schon. Wie glauben Sie, Frau Löwe? Wir halten uns einfach und glauben einfach an das, was uns die Politik versprochen hat und zugesagt hat. Und auf diese Versprechen bochen wir. Und nichts anderes ist es. Sie vertrauen auf Strache? Wir vertrauen auf die Regierung, die uns das versprochen hat und die das beschlossen wird. Und Frau Löwe, auf wen vertrauen Sie, außer auf den Dieben Grott? Nein, wir vertrauen einfach auf die Zivilbevölkerung und darauf, dass der Großteil der Menschen das nicht will. Und dass es ein klares Gesetz gegeben hat, das 2015 beschlossen wurde und dass sich die Gastronomen seit 2015 hier darauf vorbereiten. Und jetzt drei Monate oder vier Monate davor gekippt wird. Und wir glauben daran, dass sich einfach auch die neue Regierung da einmal ein Statement dazu abgeben muss. Weil wir haben, seitdem wir Volksbegehren haben, wir haben nichts gehört, weder von ÖVP noch von FPÖ. Beide sind auf Tauchstation. Wir haben auch noch keinen Gesetzesentwurf irgendwie gesehen. Das soll jetzt auf einen Initiativantrag durchgeprescht werden. Also wir glauben an die demokratiepolitischen Mitteln. Das heißt, wir glauben daran, dass unser Volksbegehren jetzt im Nationalrat ordentlich behandelt wird. Und dann möchten wir eine Antwort haben. Danke, Frau Löwe. Ich bin mir sicher, ich sehe Sie noch ein paar Mal. So dramatisch und so epochal, wie sich dieses Raucher-Volksbegehren entwickelt. Ich bin wirklich der Meinung, das ist sozusagen ein Weg zum erfolgreichsten Volksbegehren, das wir hatten. Ich gebe Ihnen irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen Unterschriften, wenn wir das so hoch rechnen. Ich glaube, wir sehen uns auch noch ein paar Mal, lieber Herr Gastronomieverstand, spätestens bei der Volksabstimmung, auf die ich wetten würde, dass es hinausläuft. Also danke beiden fürs Kommen. Das war unsere heutige Runde zum großen Streitthema, das wir derzeit in Österreich haben. Soll man in der Gastronomie ab Mai weiter rauchen dürfen oder nicht mehr? Da geht es um das Volksbegehren, wir haben gehört, 250.000 Unterschriften heute, also 75.000 alleine seit gestern Abend sind da dazugekommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt jene Dame zu uns, die für dieses Rauchverbot ganz, ganz massiv gekämpft hat. Eine Dame, die Sie vielleicht seit zwei Monaten auf unseren Bildschirmen, auch in den Zeitungen vermissen. Es ist die frühere Familienministerin Sophie Kamersin. Sie gibt ihr erstes großes Interview, nachdem sie aus der Politik ausgeschieden ist. Gleich bei mir, gleich bei Fellner Live, gleich nach dem nächsten Werbeblog. Vielen Dank.